Hey Skat-Freunde, da ist es schon wieder Rocket-Zeit. Neun Plätze werden noch gesucht für das Monatsfinale am nächsten Montag diese Woche. Also noch einmal für alle die Chancen, die bei diesem großen Jackpot-Turnier mitmachen wollen. Einmal mehr, kann ich es ruhig angehen lassen. Habe mich für den nächsten Montag schon qualifiziert. Mal gespannt, ob ich da auch ein paar Serien von ins Netz stelle, wie es da läuft. Immerhin geht es da bei mir nur noch um ein paar Bonuspunkte. Und in dieser Woche werde ich also nur hier das kleine Rocket-Turnier spielen. Und dabei versuchen jetzt meine 5 Euro gegen die beiden Kontrahenten zu verteidigen. Spieler 2 eröffnet die Serie mit einem Gang. Und hier gleich wunderbar zu sehen, schon im ersten Stich ein echter Klassiker. Die Karte ist schon soweit geklärt. Fünfmal Pik von oben hat er und zwei Buben. Weniger als zwei Buben kann er nicht haben, sonst würde er nicht so einen unmöglichen Drang spielen mit Pik Ass im Aufschlag. Und der Kreuzbube fehlt ihm natürlich, sonst hätte er erstmal von oben den Buben gezogen. Jetzt kommt es ein bisschen auf seine Beikarte an. Wenn er noch einen Ass dabei hat, dann kann er gewinnen. Es sei denn, mein Partner spielt jetzt ein bisschen scharf. Er bringt also vielleicht eine 10. Er bringt Kreuz 10, meine ich. Er bringt aber nur den Kreuz König. Das sind jetzt 31. Und jetzt will ich natürlich sofort ausleuchten und meinem Partner auch zeigen, dass ich noch einen Ass habe. Ob hier in dem Spiel was möglich ist. So, wir kennen jetzt also schon 8 Karten. Und wenn mein Partner jetzt hier sticht, dann kann es eigentlich auch nicht reichen. Und er sticht, wenn er noch abwartet, hätten wir zumindest mehr bekommen können. Pik König mit Wimmlung wären dann hier ein paar auch mehr gewesen. Gut, jetzt werden wir wohl nur noch gewinnen, wenn der Alleinspieler nicht das Karo Ass in der Hand hat. Und auch kein Kreuz sticht, da kommt schon die Kreuz 10. Abwurf Karo Lusche. Gut, dann hat er noch einen Karo in der Hand. Wenn das das Ass ist, hat er gewonnen. Wenn er noch eine Karo Lusche in der Hand hat, dann hat er verloren, doch er hat das Ass. Also im Nachhinein, so ein Spiel ist zu schlagen. Dann muss mein Partner aber schon im zweiten Stich vielleicht entweder direkt mal den Kreuz Buben ziehen. Kann er machen in dem Fall, bekommt er auch Herz Ass Ladung 15 dazu auf 30. Und dann muss er einfach schon scharf die Kreuz 10 bringen. Er muss dann den Riecher haben. Es nützt nichts, dann Herz König 10 anzubieten. Dann kommt Abwurf Kreuz Lusche. Und Kreuz König 10 reicht alleine auch nicht. Wir brauchen diesen 21er Stich in so einem Spiel. Und das ist natürlich schon ein bisschen fortgeschritten. Das ist kein Problem. Das funktioniert einfach nicht immer. Insofern werden solche Spiele dann auch häufig mal gewonnen. Zweites Spiel. Ich habe nichts in der Mittelhand. Spieler 2 hat auch nichts. So, Karos Trumpf. Zweitrumpf nur dagegen. Aber jetzt plötzlich Überraschung. Aufschlag Kreuz 7. Und das heißt doch, dass in dem Spiel irgendwas faul ist. Also entweder es ist ein sehr, sehr starkes Spiel. Und es geht hier nur um Schneider. Da brauche ich mir dann auch gar nicht so viel Gedanken machen. Oder es ist ein ziemlich schwaches Spiel. Was irgendwie nur über so einen merkwürdigen Vortrag funktionieren kann. Und ich habe das selber ja gerade dem letzten paar Mal gespielt. Wo ich aus der einfach bestellten 10 direkt aufschlage. In der Hoffnung, dass dann rausgenommen wird. Falls das ja auch der Plan ist, dann gehe ich jetzt mal hier ins Schnitt. Die Lusche von meinem Partner. Das bedeutet 10 und Dame sind noch beim Alleinspieler. Jetzt kann es natürlich auch sehr gut sein, dass genau diese 13 Augen gedrückt sind. Und dass genau diese Fortsetzung, die ich jetzt hier trotz alledem bringe, der die Wunschfortsetzung ist, meint tatsächlich. Mein Partner aber hat hier clever nicht gewimmelt. Das war ihm auch zu heiß. Wirft die Pik 9 ab. Sieht wohl so aus, als hätte er die Hand voll Trümpfe. Und gut, vielleicht hat er auch gar nichts zu wimmeln. Weil vermutlich doch die Herz 10 müsste er doch haben. Herz Ass 10 und Pik Ass mit 13 im Keller. Dann hätte der Alleinspieler vielleicht doch anders gespielt. Gut, auf jeden Fall. Der Kreuz hinterher war an sich gut. Auch wenn der Alleinspieler hier stechen konnte. Denn mein Partner konnte die Pik Lusche abtragen. Hat damit den Spieler gezwungen, das Pik Ass zu ziehen. Wenn er Trumpf zieht und ich nochmal rankomme, nochmal Kreuz Lusche, dann wäre der zweite Pik auch noch weg. Und damit das Pik Ass verloren. So aber kann jetzt mein Partner hier auf Pik 10 die Herz 10 abwerfen. Und auf die nächste Kreuz Lusche den zweiten Herz. Und damit ist plötzlich das Herz Ass dann verbrannt. Also schlauer Vortrag vom Alleinspieler erst mal mit der Lusche zu starten. Hat ihm hier aber trotz alledem nichts genützt. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Kreuz Ass draufgehe und Kreuz hinterher ziehe. Vielleicht sticht mein Partner dann rein. Dann läuft das Spiel noch nicht mal so günstig, wie es jetzt gelaufen ist. So ohne das Herz Ass hat der Spieler jetzt nur 49. Und was auch zu sehen war, zieht er das Herz Ass einfach hin, bevor er Pik Lusche vom Spiel geht. Dann hat er natürlich wieder gewonnen, denn er bekommt den König. Er hätte den Herz König bekommen. Das Bild, das wusste er allerdings nicht ganz genau. Ich habe 2 Herz Luschen. Hätten sonst auch 60 sein können. So, nun wird wieder Herz gespielt. Ich habe 4 Trumpf dagegen. Und das ist ja jetzt schon wieder die Frage. Beim Aufschlag langer Weg, kurze Farbe, aber mit 4 Trumpf den Blanken. Aus dem König zu dritt auch nicht so schön. Ich entscheide mich jetzt hier mal für den Kompromiss. Kann man auch gut mal spielen. Aus dem Zwilling erst mal den König. Das Bild natürlich, um die 10 zu schützen und meinen Partner zu signalisieren, dass ich das Ass nicht habe. Er nicht steigen braucht. Und dann können wir auch auf diesen Weg mal schauen, wie es weitergeht. Kreuzbube blank bei meinem Partner, denke ich. Sonst hätte er nicht übernommen. Und dann, ja, setzt mein Partner hier die Farbe nach. Das heißt ja immer mal, spiele die Farbe nach, die gefordert ist. Aber Farbe gefordert, sowas gibt es aus meiner Sicht an sich überhaupt nicht. Du eröffnest das Spiel. Du hast eine Idee. Manchmal eben, wie in dem Fall, hast du auch gar nicht so eine richtige Idee. Mein Partner, der jetzt gar keinen Trumpf mehr hat, dass der direkt jetzt die Karo 10 ausspielt und damit quasi alles auf eine Karte setzt. Gut, aus seiner Sicht vielleicht auch nachvollziehbar. Er vermutet, dass ich blank ausgespielt habe. Aber hat mir natürlich nicht so gut gefallen. Und jetzt kommt das nächste Ding. Jetzt wimmelt er danach das Pik Ass, wo Karo 10 gestochen war. Das ist jetzt natürlich nicht so schön, wo doch jetzt schon nur ein Karo beim Alleinspiel sitzt. Da hätte er seinen Pik Ass, was völlig ungeklärt ist, auf jeden Fall in der Hand behalten sollen. Jetzt können wir hier natürlich keinen Pfifferling mehr gewinnen, nachdem jetzt auch noch eben dieser Pikstich hochgespielt wurde. Ich versuche jetzt hier Trumpf zurückzuspielen, um mein Kreuzbild noch auf den Pikstich zu legen. Wird aber verweigert. Ist aber egal. Ist mir nur noch, um das eine oder andere Bild links oder rechts zu legen. Da konnten wir das Spiel sowieso nicht mehr gewinnen. Viertes Spiel. Bisher ein trauriger Auftritt, wenn ich so in meine Karten schaue. Immerhin jetzt schon mal drei Könige und zwei Damen. Dazu allerdings nur ein Bube und kein voller. Also Bilderversammlungen habe ich hier schon mal in der Hand. Und trotz alledem sage ich euch nicht über die Karten jammern. Das ist nur ein vorübergehendes Phänomen. Auch die Buben und Asse werden sicher noch ihren Weg zu mir finden. Jetzt also immer trotz alledem versuchen das Beste draus zu machen. Ihr seht das manchmal. Die Gegenkarte sieht erstmal absolut schlapp aus. Und trotzdem stecken so viele mögliche Niederlagen in den Karten, weil euer Partner noch ein bisschen was kann. Also niemals zu früh aufgeben. Dieses Spiel lief jetzt natürlich auch nicht gut für uns. Wie gesagt, war auch nicht zu erwarten, dass wir hier viel machen können. Peak 10 wurde gestochen. Ich habe selbst auch gar nichts hier zu wimmeln. Ja, vielleicht noch ein Kreuzstich. Huch, wieso wirft mein Partner da die Kreuzdame ab? Das halte ich für ungewöhnlich. Kann gut sein, dass Kreuz 10 im Keller ist. Die Lusche noch beim Alleinspiel und gerade die Kreuzdame diesen einen Stich für Schneider frei gemacht hätte. Ja, so war es auch. Aber mein Partner hat es vorgezogen, diesen potenziellen Stich aufzugeben, um Karo Ass und Zehn zu halten. Die hat er nun aber auch nicht bekommen. Insofern einmal Schneider aufs Haus. Wieder Viertrumpf dagegen. Jetzt übrigens auch eine ganz typische Situation. Viele Skatspieler werden jetzt mit dem Herzbuben übernehmen, weil sie im Prinzip ein bisschen ängstlich vielleicht sind, dass das Kreuz erst bei ihrem Partner sind und weil es auch diesen Spruch gibt, wenn du kannst, dann sollst du. Von dem Spruch halte ich auch gar nicht besonders viel. Die meisten Spiele sind schließlich sechs Trümpfer und das bedeutet, mein Partner hat vermutlich noch genau einen Trumpf dabei und dass das jetzt ein so schlechtes Spiel ist, dass beide Trumpfollen fehlen, kann zwar sein, dann hätte ich mit Rosinen gehandelt, ist aber auch nicht so besonders häufig. Und jetzt fällt hier auch sehr schnell die Trumpflusche von meinem Partner. Zeigt mir an sich schon, dass ich alles richtig gemacht habe. Das sehe ich auch daran, dass der Alleinspieler jetzt hier schon einen Zwischenzug macht. Sieht so ein bisschen schon wie Panik aus. Und vor allen Dingen, dann kann ich jetzt auf dem nächsten Trumpfstich schon eine Wimmelung bekommen. Statt also eine Trumpflusche bekomme ich hier das Herz Ass, was auch eine Farbe mit anzeigt. Jetzt bin ich natürlich trotz alledem noch nicht so richtig schlau. Caro Ass hat der Alleinspieler schon gezogen. War das jetzt blank oder war das aus Ass zehn König? Caro jetzt hinterher spielen möchte ich auf jeden Fall nicht. Ich gehe dann doch mal nach dem Motto vor, mein eigenes volles hier anbieten. Das Pik Ass auf den Tisch vermutet doch eher Caro Ass zehn König beim Alleinspieler, dass der jetzt nach dem Trumpf, weil der Stich nicht mitgenommen wird, ein blankes Ass zieht, halte ich dann doch irgendwie für unwahrscheinlich. Kann aber natürlich sein, dass ich ihm jetzt auch gerade die Zehn hochgespielt habe. Das wäre dann ärgerlich. Dann hätte mein Partner mir besser erst mal die Caro zehn gewimmelt, um mir das ein bisschen anzuzeigen. Ich gehe jetzt auf sein Spiel ein. Herz Ass war ja schon geschmiert. Wieso geht er denn jetzt mit der Zehn ran? Er hat doch schon Caro gesehen und Pik beim Alleinspieler. Ja, also das begeistert mich jetzt absolut nicht. Und jetzt kommt hier auch noch der Caro König. Ja, Caro König wäre eine sehr wichtige Klärungskarte für den ersten Trumpfstich gewesen. Das Herz Ass hätte mir nicht weggelaufen. Dann hätte ich aber nach dem zweiten, oder nach dem dritten Stich besser gesagt, genau gewusst zu den sechs Trümpfen, dass auch noch Caro Ass und Zehn beim Alleinspieler sitzt. Hätte das Pik Ass vielleicht noch gar nicht gezogen, sondern den Alleinspieler in aller Ruhe mit der Caro Lusche wieder eingespielt. Und auf den nächsten Trumpfstich hätte ich dann Herz Ass gefangen. Hätte wunderbar Herz Uben abziehen können, Herz Zehn drauf. Kann noch einen Zwischenzug machen vor dem Pik Ass. Denn jetzt ist es ja klar, dass der Alleinspieler noch einen weiteren Pik sogar haben muss, wenn er nur zwei Caro und kein Herz hat. Ja, gewinnt jetzt mit 68. Also wo sind die Punkte geblieben? Sechs Augen Unterschied, Herz Zehn statt Herz König. Und dann noch mal vier Augen beim Caro König. Das Spiel hätten wir also schlagen können, wenn mein Partner, der ja keine Trümpfe hat, ein bisschen sauber mitspielt. Denn keine Trümpfe zu haben, entbindet nicht. Davor auch ein bisschen mitzuhelfen. Der blanke Caro König, das war eine gefährdete Karte, die hätte in den ersten von meinen Trumpfstichen reingehört. So, so bin ich natürlich ein bisschen, ja, angesäuert, könnte man sagen. Oder zumindest habe ich hier registriert, dass Spieler 3 jetzt sich zweimal auch vorgedrängelt hat, sehr glücklich gewonnen hat. Und diesen Ansatz, den ziehe ich jetzt entsprechend auch hoch bis 44. Kommen dafür aber nicht ans Spiel, beziehungsweise auf 44 passe ich dann. Irgendwann ist es wohl doch ein bisschen zu viel des Guten. Und das Risiko steigt natürlich auch mit jeder Reizstufe, sich mit einem Buben zu überreizen. So hätte ich den Caro Buben noch verkraften können. Grange wird gespielt, keine Überraschung, also voller auf dem Tisch. Der Pik 10 helfe ich hier so ein bisschen meinem Partner zu zeigen, dass ich das Pik 1 habe. Und wie schön, ein Grange mit 4. Das freut mich immer, dass es solche Karten gibt. Da kann man noch an das Gute im Skat glauben. Und hier sehen wir, zu den 4 Buben hat der Alleinspieler 4 mal Kreuz. Mein Partner hat gerade einen abgeworfen auf den Buben. Deswegen empfehle ich auch gar nicht diese leeren Bubenzüge. Die verraten einfach nur das Blatt, ermöglichen günstige Abwürfe. Statt also gleich direkt Kreuz unterdurch zu spielen, dann wären nur 10 gefallen. Gut, fällt jetzt ein Bild mehr. Aber vor allen Dingen ist die Karte jetzt auch geklärt. Zwei Fehlkarten noch im Blatt. Und das hat mich jetzt zum Wimmeln oder zum Ausspiel der scharfen 10 animiert. War übrigens der sogenannte Elmenhorstergrang. So habe ich den mal getauft, als der bei uns in der Mannschaft dreimal hintereinander in kurzer Folge auf die Nase fiel. Denn zu den 4 Buben Kreuz, Ass, König, Doppellusche und 2 Karoluschen gegen ein Drilling im Kreuz, ist er natürlich ohne wer chancenlos platt. Andererseits kann ich verstehen in diesem Format, dass man da nicht mit 4 und 1 Ass zu viel Tiefarbe spielt. Das Risiko musst du dann einfach mal eingehen. Spiel 7, und da bin ich das erste Mal dran. Freue mich, dass ich für 18 rankomme. Hab natürlich auf Grang gehofft und finde jetzt Kreuz, Lusche und 10. Nicht so besonders. Klassisch wäre jetzt natürlich ein Farbspiel zu machen. 10 zu drücken, 13 oder auch 20. Ich bin jetzt hier in dem Moment mal einfach ein bisschen frech. Drück 7 Augen, piek und spiel den Grang, und natürlich ist die Voraussetzung, dass jetzt mal Kreuz und Herz Ass am besten alle beide, aber mindestens eins auf den Tisch kommt. Beim Grang werden ja auch meist die Asse gespielt, deswegen an sich eine, ja, ein Risiko, was einen Tick weit auch beherrschbar ist oder was häufig funktioniert, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich sehr gewagt aussieht. Nun geht es aber gleich los, das Elend. Es kommt eben nicht Kreuz oder Herz Ass, sondern es kommt Karo, damit 22. Ich ziehe natürlich erst mal den Buben, da bin ich sonst auch einspielbar, 28. Und jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn Karo 10 etwa nicht gestochen wird, ich komme gar nicht von alleine hier so vom Spiel, keine Karte mehr zum Ausspielen, und muss dann irgendwann selber mit den bestellten Zehnern antreten. Das wäre nicht so besonders schön. Insofern erfreulich, dass Karo 10 jetzt hier gestochen wird, und jetzt brauche ich natürlich doch noch wieder ein bisschen Dusel. Wenn jetzt gerade Pieck auf den Tisch kommt, dann sieht es absolut finster aus, denn logischerweise, dass kein Bube mehr drin ist, das haben die anderen auch gesehen, und damit werden sie dann auch auf jede 10 schnippeln. Hier Glück gehabt, Herz kommt raus, und jetzt, ah wunderbar. Es gibt so Sachen, da kannst du dich eben drauf verlassen. Beim Krang werden häufig die Asse gespielt, also Frechheit hat hier gewonnen, beide Zehner hochgespielt, damit bleibe ich für den Moment jedenfalls im Rennen. Und wie es so kommt, das sieht auch gut aus, nach so einem frechen Ding gibt es jetzt erstmal ein Anschlussspiel, zumindest bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich hier mit rankomme. Das Spiel werde ich wohl nicht hier vom Tisch gehen lassen. Zwei Buben, zwei Asse haben die Pieck 10 noch dabei, 13 zu drücken. Komme jetzt aber natürlich genau erst bei 30 ran, also unangenehme Reizung, wo ich auch nicht mehr den Karo Hand jetzt machen kann. Findung im Prinzip gut, aber nicht bei einer 30er Reizung eben. Ich hätte jetzt natürlich ein sehr starkes Karo-Spiel, was ich auch bei 27er Reizung oder 24er Reizung wohl in Mittelhand spielen würde mit Schneideroption. Nun sind wir aber bei 30 und dann heißt es doch nur wieder Augen zu und durch den Krang. Wenn jetzt der Spieler in Hinterhand natürlich tatsächlich eine Herzflotte hat, keinen Karo und zwei Buben, dann ist das Ding natürlich gegessen. So, erstmal Herzvollen gestochen, soweit okay, 25. Überlegung jetzt über die Dörfer direkt. Nein, ich habe es schon so oft gesehen, ob nun Reizung ist oder nicht, dass die Buben verteid kommen. Wenn die Buben kommen, ist das Spiel sofort gewonnen. Zack, da ist es passiert. 31, hab jetzt noch drei volle Stehkarten plus den Pieck König. Und wenn Karo, König und Zehn auseinandersitzt, dann wird der Gangeschneider schwarz. Ansonsten wird er einfach nur gewonnen. Also, jetzt kommt der Moment. Na, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen des Guten zu viel gewesen. Einfach freuen, dass die Karte zumindest glatt auf Sieg stand. Ja, Hattrick, würde ich sagen, ist geplatzt. Das dritte Spiel hintereinander, das macht man ja immer besonders gerne. Tja, ich wage keine Prognose, was jetzt hier für ein Spiel rauskommt und wer die Nase vorn hat. Meine Karte gibt gar nichts her. Auf 44 kommt Spieler 3 im Hinterhandrang. Und er spielt einen Krang. Ja, was hat mein Partner gereizt? Herz oder Pieck? Beides erscheint irgendwie ein Tickbett unwahrscheinlich, wo ich jeweils ein Drilling im Blatt hab. Ja, wie will man einen Krang schlagen? Blank ist meine Antwort auf viele dieser Fragen, auf viele dieser Eröffnungstheorien. Ich hab ja nun wirklich so oder so kein gutes Ausspiel. Klar, die Zehn tut jetzt im ersten Moment ein bisschen weh. Ass hätte aber sicher bei der Reizung auch bei meinem Partner sitzen können. Dann hätte ich hier mit dem blanken Herzbuben ein paar Ideen entwickeln können. Gut, mein Partner hat keinen Buben. Hat also ohne Vieren gereizt. Und hat eben um den Herz gereizt. Also ich geh erstmal rauf mit der Zehn, will jetzt hier nicht noch in den Tiefschnitt gehen, weil ich einzig mir gar nicht so richtig vorstellen kann, dass der Alleinspieler Herz sehr lang hat. Doch mein Partner legt das Ass sehr schnell. Das sind manchmal so die kleinen Indizien, wo ich schon das Gefühl hab, könnte blank gewesen sein. So, ich hab auch gar nichts zu wimmeln hier. Jetzt sind wir bei 28. Alleinspieler sticht, kann ich nochmal Kreuz abwerfen. Und tatsächlich hat er den Herz König zu dritt an der Seite. Karo Ass einfach bestellt. Und die drei Buben, also ein ganz frecher Gang. Dann hat er noch zwei andere Karten in der Hand. Jetzt muss ich ja fast vermuten, aufgrund der Reizung, dass mein Partner vielleicht noch beide dunkle Asse in der Hand hat. Und der Alleinspieler wirklich einen absoluten Graupengrang, noch mit einer bestellten Zehn oder König. Jetzt kann ich nur hoffen, dass mein Partner jetzt sich richtig entscheidet. Und ich hab ja nun schon Kreuz Dame und 9 abgeschmissen. Uh, Kreuz Ass seh ich erstmal nicht so gern. Hab ich kein gutes Gefühl. Nein, nein, nein. Nun schaut euch das an. Er schmeißt das Kreuz Ass ab, und der steht in der einfach bestellten Kreuz Zehn auch noch. Und gewinnt hier mit 78, obwohl er die Karo Zehn bekommen hat. Obwohl er Herz König hochgespielt bekommen hat. Hat er hier nur gewonnen, weil mein Partner jetzt das falsche Ass wimmelt. Uh, das war ja wirklich ein ganz obskurer Gang. Nach dem Motto, alles oder nichts, mit sehr viel Dusel. Ja. Ja. Ihr habt's ja gerade in dem letzten Video gesehen. Auch ich gewinne manchmal mit Dusel die eine oder andere richtige Flocke, Kirsche, wie immer man diese Spiele nennen will. Von daher kann ich mich auch mal für die anderen mit freuen. Obwohl es natürlich im Gegenspiel mehr Spaß macht, 40 Punkte einzuküssen. Und Spieler 3 bleibt seiner Linie treu, da kommt wieder so ein Gang mit Hube raus. Huben kommen verteilt, also wieder glücklich. Hier jetzt schon Kreuz Ass zu wimmeln, ist einfach zu früh. Das ist zwar ein Schneider-Freizug, aber der kann ja nie zum Sieg reichen. Das kann eben gut sein. Zumindest habe ich eben ja auch gesehen, wie Frechspieler 3 spielt, dass er hier immer noch ein Problem in Kreuz hat. Von daher behalte ich das Ass erst noch mal in der Hinterhand. Er hat aber das Problem in Karo, er bedient auch noch mal Herz. Ja, ich meine, wir haben 36 liegen, Kreuz Ass jetzt rein. Sieht zwar verführerisch aus, reicht aber nur für 57. Von daher einfach trotzdem noch mal einmal zurückklammern, auch wenn ich nicht glaube, dass es noch was gibt. Vermutlich noch zwei Karos. Ja. In der Tat, wieder eine ganz heiße Kiste. Spiel 10, 300, 360 und ich erst 2,36. Also jetzt muss noch was passieren, sonst habe ich meine Werte verloren. Und das bedeutet, wenn die anderen so frech reizen und spielen, dann kann ich das auch. Also in Mittelhand diesen 5 Trümpfern noch mal gezogen, bis auf 44, aber nicht rangekommen. Mehr war er dann doch nicht wert und interessanterweise kaum bringt Spieler 2 noch mal ein Gebot auf den Tisch, ist Vorhand dann auch ausgestiegen. Also 45 ist jetzt geboten. Warum passt Spieler 3 auf 45? Hat er etwa Karo ohne 3 oder sowas? Hand? Ich meine, Pik will da wohl nicht spielen wollen. Ja, da ist der nächste Geil. 15 und Karo 10, ja. Cool. Schwierig. Weiß nicht. Soll ich jetzt wimmeln? Wie sehen die Chancen aus? 45. Kann auch sein, dass mein Partner Karo gereizt hat. Dann habe ich jetzt, wenn's dumm läuft, einen schönen Stich verballert. Aber nein, wird bedient. 36. Okay. Vielleicht geht da was. So. Normalsache immer alles rein, was Beine hat. Jetzt aber hier die 10 zu legen, bringt insofern nichts, als selbst wenn die 7 fällt, wir erst auf 57 stehen und noch einen weiteren Stich brauchen. Da langt es dann auch, wenn ich jetzt hier das Bild lege, falls der Alleinspiel bedienen muss oder eine andere Lusche abwirft, stehen wir eben auf 50 und ich hab dann noch einen vollen, den ich in einen möglichen weiteren Stich reinlegen kann. So, wird aber gestochen. Das heißt, wir bleiben bei den 36. Und oh, jetzt Dame, tauch, tauch. Ah, verflucht. Dann kommen wir doch hier wieder nur auf 57. Ja, wenn's jetzt noch einen Stich gibt, langt es. Aber den gibt's natürlich nicht. Ah, auch wieder ein gewagter Gang. 2 Karo, Luschen, Herz 10, König, Dame, Lusch und die 4 Buben. Der ging jetzt gerade mal wieder mit 63 ins Ziel. Also schon aufregende Spiele, die aber hier alle noch ganz gut laufen. Ja, damit ist für mich schwer. Ich brauche jetzt schon ein 96er Spiel, um noch an einem Spieler vorbeizuziehen. Ja, Karte ist plötzlich da. Das ist ja wohl noch mal mein Gang, sind wir uns einig. Aber ein 96er kann das an sich nur werden, wenn Pik Bube liegt, denn in kleinen Hand c 72, und dann habe ich mit Herz 10 und den ganzen Bildern da an der Abgabe sogar eine Verlustchance. Also in kleinen Hand zu spielen, bringt mir jetzt hier nichts. Wenn ich 72 gebraucht hätte, hätte ich ihn vielleicht gemacht. So nehme ich lieber auf. Hab ja dann eine Schneiderschance. Pik Bube liegt aber tatsächlich nicht drin. 15, 29. Schneiderschance ist noch möglich, wenn Pik 2, 2 steht, oder wenn falsch abgeworfen wird. Dazu ziehe ich jetzt zuerst mal einmal das Pik Ass, denn wenn der Pik zu dritt steht, dann unter anderem eine blanke Pik Lusche hat, dann würde er sie sonst, wenn ich erst den Buben ziehe oder die Karos ziehe, irgendwann zunächst gleich die Pik Lusche abwerfen und dem Mann mit dem König zu dritt es damit leichter machen. Deswegen in so einem Fall erst noch mal aus dem Drilling das Ast ziehen, damit der blanke Pik nicht abgeworfen werden kann. Jetzt kann es ja sein, dass der Mann, der den Pik König zu dritt hat, auch den Karo König zu dritt hat, und nicht so richtig weiß, was er denn abschmeißen soll. Scheint hier aber nicht der Fall, es wird Pik gehalten, jawohl, dann sind die Gegner aus dem Schneider. Ich habe hier noch mal einen schönen Grang gewonnen. Ja, drei einfache Grangs, 3 zu 0, 144, eigentlich ziemlich solide, aber im Gegenspiel lief jetzt nicht so viel zusammen. Es wurden schöne Spiele, auch wacklige Spiele glücklich gewonnen, und die beiden anderen haben 478 und 368. Also Gratulation, ihr bekommt von mir euer Startgeld wieder, und damit sage ich für heute Tschüss, bis bald. Spiele 708 Spiele 803 Untertitelung des ZDF, 2020